Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ukraine will Gastransit durch Luhansk stoppen. Die russische Besatzung in dem Gebiet im Osten des Landes mache es unmöglich, Gas an Verteilstationen weiterzuleiten, so der Betreiber. Damit fielen bis zu 32,6 Mio. Kubikmeter pro Tag weg, fast ein Drittel der nach Europa transportierten Höchstmenge. Der Stopp soll von 7 Uhr Ortszeit an gelten. Erster Präsident der unabhängigen Ukraine gestorben. Leonid Kravchuk war 1991 zum Staatschef gewählt worden und unterzeichnete mit den damaligen Präsidenten von Russland und Belarus ein Abkommen zur Auflösung der Sowjetunion. Präsident Zelensky erinnerte an Kravchuk als einen Mann, der für die Ukraine immer Frieden wollte. Kabinett berät über Bundeswehreinsatz in Mali. Nach einem Bericht des Spiegel soll die Obergrenze für die Zahl deutscher Blauhelme für den UN-Einsatz in dem westafrikanischen Land von 1.100 auf 1.400 erhöht werden. Dem muss aber der Bundestag zustimmen. Elon Musk will Twittersperre von Trump aufheben. Die Entscheidung, den Ex-Präsidenten von dort zu verbannen, sei moralisch falsch. Musk will gerade Twitter übernehmen. Die Plattform hatte Trump 2021 nach dem Sturm auf das Kapitol gesperrt. Trump selbst hatte zuletzt gesagt, dass er nicht zurück möchte. Finale der Fußball-EM 2024 in Berlin. Das UEFA-Exekutivkomitee hat entschieden, dass das Endspiel im dortigen Olympiastadion ausgetragen wird. Den Zuschlag für die Eröffnungspartie erhielt München. Die Euro 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Das Wetter. Nach Norden hin teils dicht bewölkt, teils Sonnenschein, dazu einzelne Schauer. In der Südhälfte sonnig und trocken. Temperaturen 14 bis 30 Grad.